Die Wahrheit von Schamanen, Heiligen und Heilern aus fünf Kontinenten. Über Jahrtausende gehütete Geheimnisse. Ein Thema. Hier geht es um Lebenskraft. Hast du viel von dieser Kraft, wirst du nicht müde. Hast du zu wenig davon, dann bist du krank. Kann diese Kraft gesteigert werden? Das kannst du. Das ist Trainingssache. In China nennt man die Lebenskraft Chi, in Japan Ki, in Indien Prana und manchmal auch Kundalini. Diese Kundalini hebt den Menschen auch die ursprüngliche Ebene empor, bevor er gefallen ist. Diese Energie hat definitiv eine gewaltige Heilkraft. Ein unendliches Potenzial. Es schlummert in uns und wartet darauf, entdeckt zu werden. Die Leute suchen in der Außenwelt, aber da ist es nicht. Es ist hier drin. Frieden entsteht. Wird dieser Frieden erreicht, wird sehr viel mehr Licht den Menschen frei. Die Kundalini ist ein Nebenprodukt, aber die kommt natürlich mit einer immensen Kraft. Vitalkraft, die wird als Wärme wahrgenommen. Dann werden Menschen schwitzen. Es gibt noch viele andere Wege, die Lebenskraft zu steigern. Begeben Sie sich auf eine Reise. Eine Reise zur Heilung der Seele. Erfahren Sie Wunder der Lebenskraft.